Untertitelung im Auftrag des ZDF Bis zum Letzten hat mir Fräulein Schöneberger den Lot gezahlt. So lange bleibe ich da und halte das Haus in Ordnung. Dann muss ich halt schauen. Hallo Eins, jetzt ist es soweit. Hat es noch Bargeld rum? Hoffentlich auch. Und gibt es noch, müsste sie viel auf der Seite haben. Die hat da gespart, wer weiss wie. Für uns, Emil. Für uns. Dabei hätte sie uns der Weg auf der Latte gehabt. Ja, dich willst immer anpumpen. Und dich wegen deinem blöden Lächeln. Hast du ein schwarzes Gewand? Ja, für den letzten Ausverkauf. Hast du schon gedacht, wir könnten sie mal brauchen? Und du? Und für den Endgewandchen? Hat es einen Eilen nicht? Blöd. Sonst für Platz noch. Nein, ich kaufe schwarze Schalen. Für das einzige Mal? Ich habe noch eine Tante. So? Von Vaterseite. Ah, wie alt? Erst 49. Oh, hat sie ein Auto? Nein, leider nicht. Ah, Fussgänger haben Chancen. Ja, was verstehen Sie unter einer kalten Platte, Frau Penninger? Ja, ich denke, schöner Schinken, Salami, harte Eier, überhaupt Aufschnitt, ein bisschen Salat und... Hast du das gehört? Sagen Sie mal, ist das eigentlich alles, was die Waldeck auf die Beine bringt? Lachs gehört einmal herren. Hummer, Langusten, Gräwettli. Äl. Aber der ist gerade bereit. Drüffeli. Für 15 Personen. Sagen wir ruhig für 20. Den Rest können wir ja dann einpacken. Jesus Gott und Vater, ich weiss gar nicht, wie ich das mache. Ich habe hier oben morgens Abend noch eine Tanzabend mit einer Kapelle. Da brauche ich gar viel Zeuge. Ich muss sie direkt heute noch auf Zürich rein. Lassen Sie es kommen. Lassen Sie es kommen vom Träteur. Ist am einfachsten. Ich will mal schauen, ob Sie es schicken können. Ich gehe mal telefonieren. Ist das einfachste. Und das Trinken? Flasche Wein. Von der besseren Sorten. Ich gehe gerade mal anrufen. Einen Augenblick bitte! Aal in Schnee. Langusten. Aal in Schnee. 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 Einen Wein schreiben Sie auf die Rechnung. Das sind Tagesspeise. Papa Lingo! Untertitelung des ZDF, 2020